Das war der richtige Moment, weißt du das? Das ist genau der richtige Moment. Ich bin natürlich wieder falsch gelaufen. Ui, guck mal mit Tui drauf. Ihr kriegt jetzt alle ein Stück vom Geburtstagskuchen ab. Jeder kriegt ein Stück. Nicht nur der Tisch, sondern jeder, wenn's geht. Doch, bitte. Ich komm jetzt extra zum Anstoßen. Claudia, schau mal. Nein, ich will nur die schnell wegtun. Moment.